Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial der SUB Göttingen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von zu Hause aus auf die lizenzierten E-Medien der SUB, also E-Books, elektronische Zeitschriftenartikel und Datenbanken mit eduVPN zugreifen können. E-Medien sind praktisch. Wenn Sie von zu Hause aus schnell auf wissenschaftliche Inhalte zugreifen möchten, erspart Ihnen ein E-Medium den Gang in die Bibliothek. Wenn Sie eduVPN aktiviert haben, erfolgt der Zugriff auf E-Ressourcen und Volltexte ohne zusätzlichen Login für Sie wie vom Campus aus. Sie können dann, also mit aktivierter VPN-Verbindung, auch die direkten Verlags-URLs verwenden, wenn Sie Volltexte aufrufen möchten. Bitte beachten Sie, die Zugangslinks für den externen Zugriff können sich gegebenenfalls ändern. Mit Ihrem Konto bei der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen, dem Hochschulrechenzentrum der Universität, können Angehörige der Universität Göttingen, also Studierende, Mitarbeitende und Gäste über eduVPN auf eMedien zugreifen. Dazu muss auf jedem Endgerät der eduVPN-Client installiert werden. Das ist ein kleines Programm, das Ihren eigenen Rechner in das Netzwerk der Universität einbindet, egal wo Sie sich befinden. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie sich noch für eine Mehrfaktor-Authentifizierung entscheiden. Hier können Sie auswählen, welcher zweite Faktor für Sie am besten passt und diesen nach Anleitung einrichten. Erst danach sollten Sie den eduVPN-Client installieren. Die Installation ist sehr einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Organisation zu wählen, tippen Sie Universität Göttingen in die Eingabeleiste und wählen Universität Göttingen und GWDG aus. Danach loggen Sie sich im Academic Cloud-Portal mit Ihrer Academic Cloud-ID ein und wählen einen zweiten Faktor aus. Zum Schluss aktivieren Sie noch in der eduVPN-App den Schieberegler. Achten Sie hier darauf, das richtige Profil auszuwählen, falls Sie mehrere haben. Die VPN-Verbindung ist nun hergestellt und der Zugriff auf E-Medien von außerhalb des Campusnetzes möglich. Die Verbindung bleibt 16 Stunden aktiv, danach wird ein neuer Login erforderlich. Falls Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Support der GWDG. Hier wählen Sie bitte den Hilfelink aus, zu dessen Statusgruppe Sie gehören.